Das erste, was ich machen wollte zum Anlass, ich wollte Tipps geben für einige Bücher. Oder ich wollte einige Bücher empfehlen. Weil viele Brüder, die fragen uns jetzt, die wollen sich islamisch fortbilden, die wollen sich islamisch bilden, die fragen, wo kann ich studieren? Und die Realität sieht so aus, dass es nur wenigen Brüdern möglich sein wird, ins Ausland zu gehen, nach Mekka, nach Medina, nach Riyadh, oder nach Alexandria, oder nach Kairo, oder nach Mansoura, oder in den Jemen, oder nach Jordanien, um dort Islam zu studieren, oder nach Marokko, in einer islamischen Universität, oder in einem islamischen Institut, wo man wirklich gut den Islam studieren kann. Es ist nicht einfach, oder in den Sudan beispielsweise. Und deswegen müssen wir versuchen, mit den Möglichkeiten, die wir haben, das Beste zu machen. Und ich kann euch nur eins sagen, liebe Geschwister im Islam, die Möglichkeiten, die wir haben, die haben sich in den letzten Jahren extrem verbessert. Als ich Muslim geworden bin, die meisten, als ich Muslim geworden bin, im Jahre 2001, waren die meisten Bücher, die es über den Islam gab, Bücher von Orientalisten. Das heißt, Bücher, die eigentlich eher gegen den Islam geschrieben wurden. Es gab nur sehr wenige auf Deutsch, aber heutzutage gibt es sehr, sehr viele gute Bücher auf Deutsch. Das erste Buch, das ich euch empfehle, und ich denke, dass das wirklich ein Weltklassebuch ist. Das müsste normalerweise in die arabische Sprache übersetzt werden. Das ist von Abu Amina Bilal Phillips, meinem Scheich, oder einer meiner Shuyuch. Das ist die Grundprinzipien des Tauhid. Das ist ein super Buch. Wenn man das richtig verstanden hat, hat man wirklich eine Grundlage im Tauhid. Und hier gebe ich euch auch einen Tipp, wie man das Buch zu lesen hat. Wie man das Buch zu lesen hat. Wie sollte man das Buch lesen? Ich gebe euch mal einen Tipp, wie ich Bücher lese beispielsweise. Ich lese das Buch, und ich nehme mir einen Textmarker, und markiere dann immer die Stellen, die wichtig sind, und schreibe Fragen in das Buch rein. Dadurch kann ich am Ende diese Fragen irgendwo aufschreiben, mit der Antwort, und dann kann ich mich selber kontrollieren, ob ich das Buch auch verstanden habe. Zum Beispiel, ich lese jetzt beispielsweise, ich schlage jetzt einfach mal eine Seite auf. Hier ist dann zum Beispiel, Verehrung, Iberda, umfasst aus islamischer Sicht mehr als nur Fastenzahlen der Seker, hat schon Opferung von Tieren. Es schließt Emotionen wie Liebe, Vertrauen und Furcht mit ein. In einem Maße, wie sie nur an Gott gerechnet werden dürfen. Allah spricht diese Emotionen an und warnt vor deren Übermaße wie folgt. Und hier schreibe ich dann zum Beispiel dran, nenne den Vers, wo es um die Liebe Allah geht, nenne ihn, und nenne seine Nummer. Dann lerne ich aus, suche zwei Vers 165, oder? Ja, suche zwei Vers 165. Den Vers habe ich jetzt beispielsweise gelernt. Und so kann man dann, am Ende hat man die Beweise im Kopf und man stellt sich immer Fragen zu bestimmten Dingen, die der Scheich erwähnt. Okay? Und das Schöne an diesem Buch ist, dass es sehr gut auch auf Dinge eingeht, die gerade in Europa eine Rolle spielen. Wie zum Beispiel spezielle Glücksbringer. Warum gibt es ein Hufeisen als Glücksbringer? Ja? Warum gerade Hufeisen? Warum dieses? Warum jenes? Das heißt, Dinge, die wirklich mit der Lebensrealität der Muslime in Deutschland oder in Europa viel zu tun haben. Also wie gesagt, das ist das Buch number one, was ich empfehle. So. Ich verkaufe es. Und er verkauft es. Ganz wichtig. Da kommst du an. So. Dann, ein anderes Buch, das ich empfehle, ist, ist die Helden des Islam. Das ist übrigens übersetzt worden von einem Bruder, den ich sehr für Allah geliebt habe, ja, Abdussalam Wakil heißt der, der kam aus Bonn oder aus der Nähe von Bonn. Den kenne ich schon, seit ich 2001 Islam angenommen habe. Und der ist mit circa 40 Jahren, der war sehr sportlich, der war fit, auf einmal gestorben. Aber Alhamdulillah, dass Allah ihm die Möglichkeit gegeben hat, dieses Buch noch zu schreiben oder zu übersetzen. Und deswegen habe ich auch eben extra danach gefragt, weil ich wollte, dass der Bruder Inshallah noch mehr Hassanet bekommt, weil er und seine Geschwister waren wirklich welche, die in Bonn sehr viel für die Dawa getan haben. Durch die haben so viele Leute Islam angenommen, ja. Und wie gesagt, er hat dieses Buch übersetzt und hier sind halt Geschichte von sehr vielen Sahaba drin. Und das ist so wichtig für uns, weil das sind unsere Vorbilder. Ja. Natürlich, der Prophet, a.s.a. ist an erster Stelle unser Vorbild, aber danach die Sahaba. Warum? Weil ansonsten viele Muslime sagen würden, ja, wie der Prophet kann ich sowieso nicht sein. Der ist ja ein Prophet, der ist ja von Allah geschützt. A.s.a. Aber die Sahaba sind nicht von Allah geschützt und hierdurch kriegen wir ein stärkeres und besseres Verständnis vom Islam. Deswegen, das ist das zweite Buch, was ich empfehle. Das ist aus dem Granada Verlag, ja. Und das hier ist von IIPH, International Islamic Publishing House. So, dann. Das nächste Buch, was ich empfehle, vom Rauda Verlag, ist das Buch von Khalim Al-Walid. Ja, eine besondere Held des Islams, aber das Buch empfehle ich mehr, weil es dort mehr Geschichten gibt. Hier geht es halt nur um Khalim Al-Walid. Aber es ist halt wunderbar, wenn man sich mit Geschichten solcher Helden auseinandersetzt. Ja, ganz wichtig. Khalim Al-Walid, weil das sind unsere Vorbilder, die Sahaba, dass man sich damit auseinandersetzt, damit man diese Geschichten liest und damit die Geschichten in Fleisch und Blut übergehen. Und übrigens, der Prophet, a.s.a. wie hat der, wie hat der Prophet, a.s.a. seine Sahaba erzogen? Mit den Geschichten des Korans und mit den Geschichten der Propheten im Koran. Ja. Und Allah sagt darüber in Surat al-Hud im Vers 120. Guckt mal. وَكُلَّنْ نَقُسُوا عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُسُّلْ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُعَدَكَ Und dies alles, diese ganzen Geschichten, erzählen wir dir von den Nachrichten der Gesandten, um damit dein Herz zu festigen. Das heißt, diese Geschichten, natürlich von den Propheten, jetzt ist es kein Prophet, natürlich gerade in Al-Walid, aber ich will nur auf die Wichtigkeit von Geschichten aufmerksam machen, erzählen wir dir, oh Prophet, um damit dein Herz zu festigen. So wie sehr brauchen wir dann erst Geschichten von den Propheten und vor allem die Geschichten von dem letzten Propheten, Mohammed a.s.a. und natürlich auch Geschichten von seinen Sahabern, von Leuten, die festgeblieben sind im Glauben. Und Allah sagt im Koran, in der Suche 17, guck mal, da sagt Allah, وَإِنْ كَادُ لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ اللَّذِي أَوْحَيْنَ إِلَيْكَ لِتَفْتَرْيَ عَلَيْنَ غَيْرَ وَإِذَا لَتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَاوْ لَا أَنْفَبَتْنَاكَ لَكَتَكِئْتَ تَرْقَنُوا إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا Das heißt, guck mal, Allah sagt hier zum Propheten, es müsste Vers 73 sein, zwischen 73 und 83, und beinahe hätten sie dich dazu gebracht, über uns etwas auszusagen, was wir nicht auf dich herabgesandt haben, es hat etwas über uns zu ersinnen, und dann hätten sie dich zum Freund genommen, wahrlich. Und hätten wir dich nicht gefestigt, hättest du dich ihnen wahrlich etwas zugewandt. Und was wäre dann? Und dann hätten wir die doppelte Strafe im Dienstag und die doppelte Strafe im Jenseits gegeben. Das heißt, der Prophet brauchte die Festigung von Allah, und dann in Surah, 11. Surah, Vers 120, sagt Allah, was das Mittel war, um den Propheten zu festigen, und leider, liebe Geschwister, ist das etwas, was wir Muslime viel zu wenig praktizieren. Man redet viel über Füqh, man redet viel, was auch wichtig ist, was auch wichtig ist, ja, man redet viel über Regeln von Tauhid, aber von der Realität des Tauhids, von diesen Geschichten, von Menschen, die mit Tauhid gelebt haben, redet man wenig. Und da gibt es eine Geschichte von Khalil al-Walid, einen Ausspruch, den ich so sehr liebe, als er zu den Persern gegangen ist, die zur damaligen Zeit zwei Millionen Soldaten hatten, die Muslime waren froh, wenn sie ein paar Tausend zusammenbekommen haben, und da hat Khalil al-Walid gesagt, Ich bin mit Männern zu euch gekommen, die den Tod mehr lieben, als ihr das Leben lebt. Wie gesagt, deswegen, liebe Geschwister, dieses Buch kann ich nur empfehlen. Und das ist, wie gesagt, vom Rauda Verlag. Dann, ein anderes Buch, was ich empfehlen kann. Auch vom Rauda, oder erst mal fange ich mit diesem Buch an, weil das auch ein super Buch ist. Granada Verlag, das sind 200 Fragen und Antworten zur Kira, das sind eigentlich etwas mehr als 200 Fragen. Sehr einfach geschrieben, und hier solltet ihr auch diese Fragen auswendig lernen. Das heißt, nicht Buchstabe für Buchstabe auswendig lernen, aber so, dass ihr ungefähr wisst, was man sagen muss. Das ist ein super Buch, und in vielen Ma'ahid, in vielen Instituten in der arabischen Welt, fangen die an mit diesem Buch. Zum Beispiel, das Institut Dal Arkam, in Abel Arkam, in Kairo, die lernen im ersten Semester dieses Buch. Und das ist, wie gesagt, ein super, super Buch, um die Grundlagen der Akida zu verstehen. Das ist vom Granada Verlag. Und das ist von Cheikh Hafez al-Hakami. Das ist von Cheikh Hafez al-Hakami. Wenn man das arabische holt, kann man es vergleichen. Wenn man ein bisschen arabisch kann, kann man es egal, ob ich ein bisschen, ich habe es so gemacht, dass ich dann immer was auf, was zum Beispiel das Wort heißt, das Islam, arabisch, genau wie viel, dass ich dann verglichen habe, so arabisch, aber ich kann ein bisschen arabisch, dass man das besser eingeprägt hat, besser kennengelernt hat. Ich sage auch, der Bruder hat noch einen schönen Ratschlag gegeben. Dieses Buch gibt es auch überall auf arabisch zu kaufen. Da kann man zum Beispiel, die Antwort sich auch auf arabisch durchlesen, ist, wenn man etwas arabisch kann und da kann man auch in der arabischen Sprache noch richtig profitieren. Dann als nächstes Geheimnisse des Gebets, auch vom Rauda Verlag. Das ist von Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, Rahimullah. Hier beschreibt Ibn al-Qayyim sehr viele Geheimnisse des Gebetes. Guck mal, zum Beispiel, wenn man auf dem Boden ist und zu Schut macht, mit dem Gesicht auf dem Boden, was sagt man da? Subhan Rabbil Ala. Gepriesen sei mein Herr, der Höchste. Das heißt, wenn du am tiefsten bist mit deinem Kopf, in diesem Moment sagst du, Gepriesen sei mein Herr, der Höchste. Und er geht auf sehr viele Geheimnisse ein. Das ist ein sehr, sehr schönes Buch. So. Dann, welche Bücher ich empfehle? Das ist ein Meisterbuch von Ibn Kathir. Ja? Das sind die Bücher, auch vom Rauda Verlag. Mögalah, die Brüder vom Rauda Verlag. Ich kenne die nicht persönlich. Übrigens, ich weiß nicht, wer das ist. Ja, aber die Bücher sind halt gut. Das wollte ich auch damit sagen. Ich habe keinen Vertrag mit denen oder sowas. Ich weiß wirklich absolut nicht, wer die sein sollen. Rauda Verlag. Ja, das ist von Ibn Kathir. El Bidei Yawani Heya. Und El Bidei Yawani Heya ist eine Enzyklorie, ich habe die auf Arabisch, wo er praktisch von Erdem bis zum jüngsten Tag und was danach passiert, alles beschreibt. Das ist ein super Geschichtsbuch, was ich nur empfehlen kann, für alle sich damit zu beschäftigen, insbesondere mit dem, was am jüngsten Tag passiert und so weiter und so fort. Das Band 1, es gibt jetzt insgesamt vier Bänder in Deutsch. Erstens die Ereignisse bis zum Tag der Auferstehung. Band 2, Tag der Auferstehung bis zum Aufstellen der Waage. Band 3, Abrechnung bis zur Fürsprache des Propheten. Band 4, die Bewohner des Paradieses. Okay? Hier ist jetzt gerade Tag der Auferstehung bis zum Aufstellen der Waage. Band 2, dann Band 3, Abrechnung bis zur Fürsprache des Propheten. Und Band 4, die Bewohner des Paradieses. Okay? Also super Bücher. Und dann, was ich auch, was ich auch noch empfehle, ist, dieses Buch hier, gibt nicht auf, das ist sehr interessant, auch für Nichtmuslim zu gehen, das ist vom Bruder Abu Erdem, weil er beschreibt hier einige Beispiele auch dafür, um standhaft zu bleiben im Leben und er schreibt das auf eine Art und Weise, also er redet erstmal über verschiedene Persönlichkeiten, weltliche Persönlichkeiten und kommt dann am Ende auf den Propheten. Das ist also auch zu empfehlen, um das mal einem Nichtmuslim zu geben und ihm auf diese Art und Weise mit dem Propheten Mohammed a.s.w. bekannt zu machen. Hier ist also. Sollte Bem O 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 Bis zum nächsten Mal.